Ich begegne euch mit Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video von Rocket League. Wir starten direkt wieder mit einem Einzel-Rang-Spiel. Ja, ich habe seit letztem Mal ein paar Runden, ein paar Vierungen gespielt. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich ab oder aufgestiegen bin. Weil ich habe keine Ahnung, welchen Rang ich in letzter Folge hatte. Am Ende der letzten Folge, ich kann nicht mal mehr reden, ich bin so gut. So, los geht's. Los geht's, los geht's. Gegen Epicness Lord. Alles klar, Epicness Lord. Du bist zerfickt. Zerfickt wirst du. Der Start ist natürlich wieder extrem scheiße. Ja, guck mal an die. Geil. Okay, das ist doch nicht scheiße. Ah, jetzt wird sie jetzt, war jetzt, boah, nee, die, die, die Runde wird schon wieder, warte, ich sage es euch. Ich sage es euch. Ich sage es euch, Jungs. Los! Und raus! Scheiße! Fuck my life! Nein, 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 nein. Ich dachte, es breit oben ab, Mann. Fuck my life. Komm, skip, skip. Skip die Scheiße jetzt! Skip, du Bastard. Das ist der einzig wahre Start hier natürlich, der einzig wahre Start. Und das ist auch die einzig wahre Möglichkeit, mich gewinnen zu lassen, wenn ich was. Nimm dann einfach, ja, guter Schuss auf jeden Fall. Ja, von dir guter Schuss. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ihr wisst ja, sein eigener Tor, das gibt er nicht, der Bastard. Ach, ich hasse die. Ich hasse die, Leute. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. No. Ja, geil. Mama. Geh weg da. Nein, du kriegst den Ball nicht. Bäh. Ja, fick dich doch, Mann. Wieso kugel ich so auf dem fucking Boden herum? Fick mein Leben. Zack. Ist weg. Okay, ich sollte mal versuchen, eine andere Startaktik zu wählen. Irgendwie stehen bleiben oder so. Ne, stehen bleiben wäre auch scheiße. Er hat versucht zu fliegen, glaube ich, aber er hat es nicht geschafft. Hoppala. Jetzt wird es abwehren. Hoppala. Na, oh, du Bastard. Ich hoffe, das war nicht geplant, Mann. Das wäre nämlich ein ziemlich harter Lacker. Nein, oh, ich bin zu früh gesprungen. Ich wollte das aus Witz sagen, so, ich bin zu früh gespringt. Dann sage ich, ich fahre mal richtig. Das ist schlimm. Nicht mal falsch Deutsch reden kann man hier, weißt du. Dankeschön. Bleib. Auf jeden Fall sind nicht. Kein Problem. Ja, ja. Okay, was soll ich denn machen hier? Einfach nur springen? Okay, einfach nur springen ist auch scheiße, weil der ist stehen geblieben. Der Bastard! Kann der nicht immer eine Taktik nehmen, Mann? Skipp doch einfach! Danke. Alter, du Missgeburt. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir, Brot. Ich schwöre auf den Rots BMW, Junge. No, 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 no. Fick dich. Danke. Danke, dass du dich gefickt hast. Finde ich sehr nett von dir. Wenn ich dir um etwas bitte, dass du das auch tust. Okay, das ist auch sehr nett von dir. Das ist sehr gut. So, zack. Hoppala. Dann treffe ich den Ball nicht. Ja, auch nicht. Na, komm. Oh, ist das ein Tauer? Nein, das ist kein Tauer, schade. Ist das ein Tauer? Ja, das ist ein Tauer. Ja, warum war das Schöne? Ja, danke. Ah, danke, danke, danke. Komm schon. Wer war vorbeigefahren? Ich glaube, er war vorbeigefahren. Bis drin. Okay, ich hatte gerade genau das, worüber ich mich immer aufrege. So lag beim Anfang, glaube ich. Aber da kann man doch nichts machen, Mama. Das kann man doch nicht hier predikten. Ich habe das Wort vergessen. Ein bisschen abbremsen, den Ball. Hoppala. Auch mal fahren, das wäre auch mal gut. Nein, den Ball treffen ist auch nicht schlecht. Eigentlich. So ist auch eine ziemlich gute Idee. Den Ball zu treffen. Ja, das ist ja gut, das ist ja gut. Dann kann ich nämlich wegschießen. Und auf die 100 hier warten. Und dann... Putz! Und rein. Dankeschön. Ah! Was ist das für ein Match gewesen, Alter? Prospekt 2, Liga 3, okay. Gut. Oddworld Necrum. Ich benutze die Atten nie von daher. Ja. Nice Level. Ja! Bis zum nächsten Match. So. Gegen Lermsy. Lermsy 0389. Oh no, du kleiner Bastard-Zone, Alter. Bitte geht drüber. Danke. Also, es geht nämlich schon wieder los, weiß ich. Wird... Wird... Ein bisschen aggressiv. Weil der Ball da einfach nicht rein geht, du. Ja. Oh, Timing of Doom. Ich hab das Timing eines... Zeit... Scheißen, denn... Was? Geh weg. Hoppala. Nein, 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 nein. Ah! Ich helfe ihm auch noch. Nein! Parade! Ja! Fick dein Leben! 100. So, jetzt... Ich pumpe sie ihn weg, weißt du? So, warte. Und jetzt... Bam! Detectics! Detectics, Tadeus! Detectics! Nee! Opsala. Jetzt hatte ich die Finger... Falsch auf das... Das ist so... Das ist so... Das finde ich witzig. Nee, endlich gar nicht. Na, na, was ist los? Was ist los? Ah, ha! Scheiße! Da wollte ich ihn verarschen, aber habe ich es nicht geschafft. Gut. Du bist tot. Ja, ich spiele sehr aggressiv heute, ich weiß. Ist aber auch ziemlich gute Idee. Ist auch ziemlich gute Idee. Ja, ja. Ich hasse es. Kann man irgendwie nach hinten schauen bei dem Kack-Game? Ja, nach mittlerer Muster, aber. Weil nämlich... Ich... Es hasse, wenn ich so vom Tor bin, so langsam. Und ich nicht weiß, wo der Typ ist. Wenn er hinter mir ist. Da muss ich nach hinten schauen können. Oh mein Gott. Komm, man geht rein. Nein, na, geht nicht rein. Na. Geh weg. Mein Ball. So, meine 100. Nämlich. So. Dann gehe ich so. Und dann machst du nach vorn. Ja, dann machst du nach vorn. Und dann so putz. Oh, ich dachte, wir hatten ab, aber okay. Alter, wenn der jetzt wieder aufgibt, ne, dann... Dann feier ich mich. Oh, so geil. Ja, ja, bitte mich wieder. Hm, ja, ma putz. Oh, scheiße, okay. Das war jetzt scheiße. Das war jetzt ziemlich kacke. Nein, jetzt hat er meine... Okay. Den muss ich anschauen. Den Tor muss ich anschauen. Von der Torseite. Ja, okay. Solche Tore habe ich auch schon mal gemacht. Das ist in Ordnung. Nein, ich fliege vorbei. Meine Fresse. So. Zack. Boah. Hör auf. Nein, ich... Wo fahre ich hin? Bin ich Spider-Man oder was? Genau in die linke obere Ecke willst du mich verarschen. Am Arsch. Skippt die Scheiße. Danke. Das ist doch genau links oben hin trifft. Jetzt wird er wieder ab. Pass auf. So, bam. Jetzt wird er ab. Ja, passt dazu, Alter. Jetzt stirbt. Zerstörung. Ich kriege nicht mehr Punkte dafür. Das finde ich frech. Aber du Bastard. Triffst nicht. Ich hasse jeden einzelnen Gegner bei Rocket League mir, ne? Ich hasse es einfach. Wieso brauche ich überhaupt Gegner, Alter? Wieso kann ich nicht einfach so gewinnen? So random. Also random. Random.org, ja oder nein, gewinnen oder nicht. Fertig. Okay, dann würde ich aber die Seite hassen. Alter. Der geht auch immer ins Tor rein, ne? Immer. Wenn ich irgendwie am Ausholen bin, der geht immer ins Tor rein. Hoppala. Hoppala. Du Wabler, Alter. Parade. I'm having you. Nein, ich wollte da nicht. Hoppala. 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 Ha, ist gefliegt. Und jetzt. Schade. Okay. Nächster Versuch. Erstmal niederholen. Na, komm schon. Oh, du kleiner Bastard. Nein. Oh mein Gott, ich war zu schnell. Ich war einfach zu schnell. Nein. Äh, ich bin zu schnell gekommen. Never ever machst du mir ein Tor, man. Nicht so. Nicht verfickt nochmal so, man. Ich spiel auf Zeit, man. Ich spiel auf Zeit. Oh mein Gott. Okay. 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 Ich, 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 ich glaub's langsam. 21 Sekunden. Come on. Das wird er, wird er doch nie mal schaffen, Alter. So, zack. So. Bam. Dann noch zack, komm. Okay, ich wollte eigentlich noch zweimal hupfen, aber irgendwie. Irgendwie hab ich's verkackt. Nein. Nein, ich. Ah. Mann. Okay. Ich hab's. Ja, Gott sei Dank, Alter. Gigi. Ja, bist du tapered. Und ich steig nicht mehr auf, du. Da. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Okay. Die Mad Max, äh, Karte. Ich hasse die Mad Max Karte. Die Mad Max Karte ist fucking scheiße. Herr Pirog. Mr. Pirog. Mr. Pirog, Mr. Pirog. Du bist doch ein Wabler. Jawohl. Geh weg. Nein, okay, er hat noch bekommen. Zack. Nehmen wir so. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 Mama, bitte nicht. Zack. Weg ist er. Machen wir noch so, zack. Und dann weg ist der auch. Und dann, okay, schade. Oh, du Hure. Ja, komm schon. Nein, 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 Mama. Jetzt hat er das mit mir gemacht, was ich die ganze Zeit mit dem anderen gemacht habe. Oh mein Gott, ich will nicht. Einfach mal von Talram. Das hat, das hat funktioniert. Das hat fucking funktioniert, Mann. Oh mein Gott. Okay, das war dumm. Ich hätte ins Tag gehen sollen. Nein. Ah, please. Ja. Boah, das war... Oh, nee. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich bin dumm. Ich weiß. Ich hasse die Verfolgungsjagden. Kackpratzen-Geschichten. Da, am Arsch. Was schreibt er? Ich bin ja fucking lucky. Äh... Ja... Wenn du meinst... Wenn... Du... Ich hab da nichts dagegen, ne? Der darf hier seine eigene Meinung äußern. Ich bin aber nicht lucky. Du bist nur schlecht, Mann. Oh, loll. Okay, alles klar. Oh, nein, du... Ja! Äh... Ich bin so gut. Fuck you. Fuck you, too, mate. Okay. Ich hab da redet noch mehr, Mann. Ich weiß, manchmal ist es Glück, aber manchmal bist du einfach schlecht. Wieso bin ich gerade, Mann? Geh doch weg. Geh doch einfach weg. Okay. Okay. Jetzt gibt's Krieg. Jetzt gibt's sowas von Krieg, Mann. Wo bist du? Wo bist du, kleiner Wappler? No? Ah, fuck me, life. So. So geht das nämlich. No, ich helfe ihm noch, Mama. Irgendwie... Ach, ja. Weißt du, ich sag gar nichts mehr dazu, zu dem Start, ne? Der Start ist halt einfach... Oh, kacke. Natürlich! What the fuck! Gah! Okay, jetzt bleib ich mal stehen. Jetzt hol ich noch ein bisschen nieder. Okay. Das war jetzt seine Schuld. Aber ich glaub, der geht nicht rein, oder? Ne, geht er nicht. Ja, doch. Ja, doch, ja, doch. So. Okay. Was fährst du mir auch vor der Linie, Junge? Ja, thanks. Ich glaub, der ist ein bisschen abgefuckt. Oh, mein Gott. Fuck out. Ruhig, braun, ruhig. Nein, ich wollte ihn treffen. Um ihn abzufallen. No, 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 no. Eigentlich sollte ich aufpassen, ne? Aber tue ich nicht. Pass auf, jetzt gibt's einen Start da von mir, warte. Okay, schade. Ah, g... Gif... Boots. Nein, fuck. Ah, nein. Man, du Bastard. Ah, okay, jetzt muss ich... Jetzt muss ich echt das machen. Skip die Scheiße. Okay, ich glaub, jetzt hab ich's. Puh. Okay, ich wollte ihn ja jetzt endlich nur noch umbringen, aber... Warte, warte, vielleicht schaff ich's noch. Schaff ich's noch, schaff ich's noch, schaff ich's noch. Okay, schaff ich nicht. Digi. Jawohl. Liga 4, Prospect 2, keine Ahnung, was das heißt. Schaff da. Papagei, Antenne gewöhnlich. Hatte ich heute schon. Fuck. Da lief's einfach. Loi. Okay, es waren... Wunderschöne drei Runden, die wir... Drei... Richtig weggefeckt haben. Richtig rein, die... Ich hab keine Ahnung, was mit mir heute los ist, aber ich, ich, ich bin einfach... Ich bin einfach gut drauf, so, heute. Also, ich bin ein guter Laune-Typ. Bis zum nächsten Mal.